Heute schiebe ich mal ein Video ein, das könnte man nennen Transistorverstärker Teil 1a. Bei der Berechnung der Vorverstärkerstufe sind einige Dinge offenbar nicht ganz so klar geworden. Und es gab Fragen speziell zum Thema Mikrofonvorverstärker. Vorab schon mal, es gibt heute kein universales Patentrezept. Aber wir sehen uns mal an, worauf es dabei ankommt. Herzlich Willkommen bei Technik selbst erlebt. Bevor wir uns mit den Mikrofonen beschäftigen, will ich versuchen, die Unklarheiten bei der Berechnung so einer Transistorstufe zu beseitigen. Die Fragen drehen sich darum, welche Basisspannung setze ich an, wie wähle ich den Transistortyp aus und was macht man, wenn man im Datenblatt keine Kennlinien findet. Hier ist nochmal der gesamte Rechenweg und wir gehen das erst nochmal kurz durch anhand des fiktiven Transistors, den ich dafür erfunden habe. Von welchen Annahmen gehen wir aus und was hat das mit dem Transistor zu tun? Die erste Vorgabe ist, dass die Kollektor-Emitterspannung des Transistors im Klasse-A-Betrieb bei der Hälfte der Betriebsspannung liegt. Und das machen wir deshalb, weil der Ruhearbeitspunkt dann in der Mitte der Arbeitsgeraden liegt und wir nach beiden Seiten gut aussteuern können. Das hängt aber nicht vom Transistor ab, sondern gilt allgemein. Die zweite Zahl, die mit dem Transistor zu tun hat, ist die Stromverstärkung. Manche Hersteller sortieren ihre Transistoren in verschiedene Stromverstärkungsgruppen, wie hier. Dann hat man so einen Mittelwert. Wenn man es genau wissen will, muss man messen. Auch das hat nichts mit dem Transistor-Typ zu tun. Bei allen Transistoren gibt es welche mit kleiner oder größerer Stromverstärkung. Und der dritte Wert, den wir brauchen, ist der Kollektor-Strom. Und da sehen wir uns nochmal an, wie wir den ermittelt haben. Im Ausgangskennlinienfeld bewegt sich unser Arbeitspunkt entlang einer Arbeitsgeraden. Wie steil diese Gerade ist, hängt vom Kollektor-Widerstand ab. Eine Widerstandsgrade würde ja so verlaufen. Mit der Spannung steigt linear der Strom. Wir sind hier aber in der Transistor-Kennlinie. Wenn die Spannung am Kollektor-Widerstand größer wird, wird die Spannung über den Transistor kleiner und umgekehrt. Deshalb liegt die Gerade hier gespiegelt drin. Je kleiner der Kollektor-Widerstand, umso steiler verläuft die Gerade. Der Kollektor-Widerstand hat ja zwei Aufgaben. Zum einen wandelt er die Stromänderungen in eine Spannung um, die wir am Ausgang abgreifen können. Und er begrenzt den Kollektor-Strom. Wenn wir den kleinstmöglichen Widerstand herausbekommen wollen, bedeutet das, wir suchen die steilste Gerade, die so verläuft, dass die Grenzwerte des Transistors eingehalten werden. Deshalb sind die hier eingezeichnet. Die maximale Kollektor-Spannung, der maximale Kollektor-Strom und das Produkt daraus, die Verlustleistung. Um eine Gerade zu zeichnen, brauchen wir zwei Punkte. Den ersten Punkt legen wir fest mit der Betriebsspannung. Wenn wir der Schaltung ein eigenes Netzteil spendieren, können wir die frei wählen. Bei Batteriebetrieb wären wir bei vier R6-Zellen bei 6 Volt oder bei dieser Blockbatterie bei 9 Volt. Und das habe ich in dem Beispiel eingesetzt. Wenn kein Kollektor-Strom fließt, liegt die volle Spannung über dem Transistor und damit haben wir den ersten Punkt. Um den dreht sich jetzt unsere Gerade. Legen wir die so steil, dann wird auf der linken Seite der maximale Kollektor-Strom überschritten. Darum darf der Schnittpunkt mit der Y-Achse höchstens bei dem maximal zulässigen Strom liegen. Der Transistor ist da voll durchgesteuert. Der Strom wird nur noch durch den Widerstand begrenzt, bei dem jetzt die gesamte Spannung liegt. Damit können wir den mit dem Ohmschen Gesetz ausrechnen. 9 Volt durch 50 Milliampere ergibt 180 Ohm. Unser Arbeitspunkt bei 4,5 Volt liegt jetzt aber oberhalb der Verlusthyperbel und das darf nicht sein. Die Arbeitsgrade darf die Verlusthyperbel nicht schneiden, sondern höchstens an einem Punkt berühren. So etwa. Das entspricht einem Widerstand von etwa 200 Ohm. In der Vorstufe wollen wir die Transistoren aber noch nicht grillen. Es kommt nicht auf die Leistungsverstärkung an. Wir wollen erstmal eine möglichst hohe Spannungsverstärkung. Und dafür ist ein höherer Kollektor-Widerstand besser. Das habe ich auch schon beim Röhrenverstärker gezeigt. Wie komme ich drauf? Bei dem Verlauf liegt die Spannungsänderung bei einer Stromänderung von 5 Milliampere bei einem Volt. Bei der flacheren Geraden ist die Spannungsänderung dann 2,25 Volt. Ich habe den hohen Strom ziemlich willkürlich mit 10 Milliampere festgelegt. Es hätten genauso gut auch 8 oder 6 Milliampere sein können. Manchmal muss man einfach was festlegen. Wir werden nachher noch sehen, dass es andere Faktoren geben kann, die bei der Festlegung helfen können. Was machen wir aber jetzt, wenn wir keine Kennlinie haben? Ich lasse mal die Kennlinie da oben ganz klein als Gedächtnisstütze. Was wir im Datenblatt auf jeden Fall finden, das sind die Grenzwerte des Transistors. In unserem Fall 10 Volt, 50 Milliampere und 100 Milliwatt. Und damit können wir die gleiche Rechnung machen. Betriebsspannung 9 Volt. Halten wir damit die zulässige Kollektorspannung ein? Ja. Also Haken dran. Höchster Kollektorstrom 50 Milliampere, das macht einen Kollektorwiderstand von 180 Ohm. Wie sieht es mit der Verlustleistung im Arbeitspunkt aus? P gleich U Quadrat durch R macht 112,5 Milliwatt. Hoppla, das ist zu viel. Wie groß muss der Widerstand mindestens sein? Drehen wir die Formel einfach um. R gleich U Quadrat durch P und das sind gleich 202,5 Ohm. Die Kennlinie diente nur zur besseren Veranschaulichung. Der Vorteil der Kennlinie ist, dass man nicht alles berechnen muss. Man kann einfach ein Lineal anlegen und die Werte ablesen. Aber es geht auch ohne. Bleibt noch die Frage, welche UBE angelegt werden soll. Ich vermute mal, gemeint ist hier eher die Spannung am Basisspannungsteiler. Die Basis-Emitterspannung liegt ja bei der Flussspannung der Diode und schwankt nur ganz gering. Die Spannung von 1,5 Volt in dem Beispiel ist die Summe aus der Flussspannung und der Spannung über Re und hängt von der Größe des Emitterwiderstands ab. Ein größerer Widerstand ergibt eine größere Gegenkopplung. Damit sinkt die Verstärkung, aber auch der Clir-Faktor. Hier muss man einen Kompromiss finden. In unserem Fall haben wir die Gegenkopplung durch einen Kondensator über Re für das Signal unwirksam gemacht. Die Gegenkopplung dient nur zur Temperaturstabilisierung des Ruhestroms. Und da sagen Erfahrungswerte, dass eine Spannung von 0,7 bis 1 Volt über den Widerstand ausreicht. Ich hatte 0,8 Volt eingesetzt. Zusammen mit der Flussspannung sind das 1,5 Volt an der Basis. Es hätten genauso gut 1,8 Volt sein können. Ohne den Emitterkondensator stellt man so die Verstärkung ein. Bei allen unseren Berechnungen haben wir praxistaugliche Vereinfachungen gemacht. Auch die Stromverstärkung kennt man oft nicht so genau. In der Praxis würde ich das so machen, dass ich den einen Basiswiderstand einstellbar mache und den Arbeitspunkt wie im Video gezeigt exakt einstelle. Hinterher kann man den Widerstand ausmessen und durch einen Festwert ersetzen. Ich hoffe, ich konnte jetzt etwas mehr Klarheit schaffen. Prinzipiell lässt sich für die Schaltung jeder Kleinleistungstransistor verwenden. Bevor man sich über den Mikrofon Verstärker Gedanken macht, muss man erstmal etwas mehr über das Mikrofon wissen. Nach welchem Prinzip funktioniert es? Wie groß ist die Impedanz, also der Innenwiderstand? Das hat was mit der Anpassung von Verstärker und Quelle zu tun. Und wie groß ist die Empfindlichkeit? Das heißt, welche Spannung gibt das Mikrofon bei einem bestimmten Schalldruck ab? Daraus ergibt sich die Höhe der Verstärkung, die notwendig ist, um einen gewissen Ausgangsbegel zu bekommen. Fangen wir mit dem Mikrofon-Typ an. Und als erstes eine ganz alte Technik, das Kohle-Mikrofon. Sowas kann man sich ganz leicht selber bauen. Zwei Elektroden, dazwischen Kohlekörner. Allerdings keine Briketts, sondern Elektro-Kohle. Die kann man zum Beispiel aus dem Kohlestab so eines Zink-Kohle-Elements gewinnen. Eine bewegliche Membran, die mit dem Schall schwingt und die Kohlekörner einmal verdichtet, wodurch der Kontakt besser wird und der Widerstand sinkt. Und wenn sie in die andere Richtung schwingt, wird die Kohle lockerer und der Widerstand steigt. Schall wird hier in eine Widerstandsveränderung umgewandelt. Schließen wir das an unseren Verstärker an, passiert nichts. Eine Widerstandsänderung interessiert ihn nicht. Er braucht eine Eingangsspannung. Dazu müssten wir das Mikrofon selbst erstmal mit einer Spannung versorgen. Ein sehr hochwertiges Mikrofon ist das Kondensatormikrofon. Es ist im Prinzip wie ein Plattenkondensator aufgebaut. Eine Elektrode ist wieder eine dünne Membran. Durch die Schwingung verändert sich der Abstand der Elektroden und damit die Kapazität. Auch das würde an unserem Verstärker nichts bewirken. Auch das Kondensatormikrofon braucht selbst erstmal eine Spannung. Jetzt entstehen durch die Kapazitätsänderung kleine Lade- und Endladeströme, die über einen hochohminen Widerstand geleitet werden, über den man dann eine Spannung abgreifen kann. Eine Sonderform ist das heute weit verbreitete Elektretmikrofon. Dabei besteht eine Elektrode aus einem Material, das ein permanentes elektrisches Feld besitzt, wodurch die Vorspannung für das Mikrofon entfallen kann. Eine Zeitlang waren Kristallmikrofone sehr gebräuchlich. Grundlage ist ein piezoelektrisches Element, das Druckschwankungen in eine elektrische Spannung umwandelt. Nach dem gleichen Prinzip funktionierten die Kristalltonabnehmer bei Plattenspielern. Auch hier erzeugt das Mikrofon direkt eine Spannung. Ein anderer Klassiker ist das dynamische Mikrofon. Es ist im Prinzip aufgebaut wie ein Lautsprecher, nur kleiner. Eine Membran mit einer Spule, die von einem permanenten Magnetfeld umgeben ist. Durch die Schwingung der Membran bewegt sich die Spule im Magnetfeld und es wird eine Spannung induziert. Das wäre auch ein Kandidat zum direkten Anschließen an unseren Verstärker. Jetzt könnte die Frage kommen, kann man auch einen Lautsprecher als Mikrofon verwenden? Im Prinzip ja. Bei einfachen Wechselsprechanlagen wurde das gemacht und auf ein zusätzliches Mikrofon verzichtet. Wer das probiert, wird aber auf zwei Probleme stoßen. Erstens ist die Impedanz eines Lautsprechers viel kleiner und damit auch die entstehende Spannung. Und zweitens ist die große Membran sehr träge und kann hohen Frequenzen schlecht folgen. Deshalb klingt alles etwas dumpf. Der Effekt wird umso größer, je größer der Lautsprecher ist. Kommen wir zur Anpassung. Warum ist das wichtig? Dazu habe ich in Teil 2 schon einiges gesagt. Ist der Innenwiderstand der Quelle, also unseres Mikrofons groß und der Eingangswiderstand des Verstärkers klein, fällt der größte Teil der Spannung über dem Innenwiderstand des Mikrofons ab und am Verstärker kommt nicht viel an. Die Verstärkung müsste größer sein, womit aber auch Störeinstrahlung und das Rauschen der ersten Stufe mit verstärkt würde. In der Tontechnik arbeiten wir mit Spannungsanpassung. Das bedeutet, der Eingangswiderstand des Verstärkers sollte mindestens fünfmal so groß sein wie die Impedanz des Mikrofons, damit die Quelle nicht zu stark belastet wird. Wie sieht es mit der Impedanz der verschiedenen Mikrofonarten aus? Das Kohlemikrofon lassen wir mal beiseite. Der Widerstand eines Kondensators ist für Gleichströme unendlich groß und auch der Wechselspannungswiderstand des Kondensatormikrofons ist sehr hoch – im Megaohm-Bereich. Das bedeutet, der Eingangswiderstand des Verstärkers muss noch höher sein. Im Teil 2 hatten wir ja den Eingangswiderstand unserer Stufe mit knapp 2 Kiloohm berechnet. Damit hätten wir keine Chance. Beim Elektretmikrofon sieht es nicht anders aus. Meist ist aber im Mikrofon bereits ein Impedanzwandler in Form eines Feldeffekttransistors eingebaut, sodass die spürbare Impedanz wesentlich geringer ist. Allerdings braucht so ein Mikrofon dann wieder eine Spannung, denn der Transistor will versorgt werden. Auch die Impedanz von Kristallmikrofonen liegt im Megaohm-Bereich und deshalb sind sie für so einen Verstärker ungeeignet. Besser sieht es bei den dynamischen Mikrofonen mit Impedanzen zwischen 200 und 600 Ohm aus. Für einen höheren Eingangswiderstand des Verstärkers kommt wohl eher die auch schon vorgestellte Bootstrip-Schaltung in Frage. Oder man verwendet gleich einen Feldeffekttransistor, der von Hause aus einen viel höheren Eingangswiderstand hat. Kommen wir nochmal zu unserer Schaltung und zur Auswahl des Transistors. Da die Mikrofone verhältnismäßig geringe Spannungen liefern und die Verstärkung deshalb höher sein muss, macht es Sinn für die erste Stufe Transistoren mit möglichst geringen Rauschen zu verwenden. Wenn man danach sucht, findet man zum Beispiel den BC 550 oder noch besser den MPS A18. Aus alten DDR-Beständen käme noch der SC 239 in Frage. Rechnen wir mal unser Beispiel mit dem BC 550. Allgemein ist es so, dass die Rauschspannung mit dem Kollektorstrom abnimmt, während das Stromrauschen zunimmt. Beide Effekte zusammen ergeben eine Kurve mit einem optimalen Punkt. Im Datenblatt des BC 550 ist das Rauschen bei einem Kollektorstrom von 200 µA angegeben. Sicher nicht ohne Grund, wir können davon ausgehen, dass das in puncto Rauschen der optimale Kollektorstrom ist. Damit können wir uns die ganzen Berechnungen an der Kennlinie sparen. Bei 200 µA werden wir die Grenzdaten mit Sicherheit nicht überschreiten. Die mittlere Stromverstärkung liegt bei 600. Allerdings ist die abhängig vom Kollektorstrom. Bei 200 µA liegt sie nur noch bei etwa 65 %, das wäre 390. Rechnen wir mit 400. Der Emitterwiderstand liegt dann bei 4 kOhm. Der Kollektorwiderstand bei 18,5 kOhm. Bei so kleinen Strömen können wir ohne weiteres mit einem Querstromfaktor von 10 rechnen. Der Basisstrom liegt nur noch bei 0,5 µA, der Querstrom ist dann 5 µA. Der untere Basiswiderstand errechnet sich zu 300 kOhm, R1 ist 1,36 Megaohm. Jetzt überschlagen wir mal den Eingangswiderstand der Stufe, der durch die höheren Widerstände auch größer sein müsste. Allerdings hat den Haupteinfluss darauf der Transistor selbst. Der Eingangswiderstand liegt bei der gewährten Stromverstärkungsgruppe bei etwa 9 kOhm. Dazu kommt der Emitterwiderstand, macht zusammen 13 kOhm. Parallel dazu die beiden Basiswiderstände ergibt einen Eingangswiderstand von rund 12,3 kOhm. Für dynamische Mikrofone oder Mikrofone mit eingebauten Impedanzwander durchaus brauchbar. Einfacher lassen sich Vorverstärker natürlich mit integrierten Lösungen, zum Beispiel Operationsverstärkern, bauen. Die Auswahl an rauscharmen Typen ist da allerdings nicht so groß. Man kann sich mal umsehen beim OPA2277 oder noch besser der Instrumentenverstärker INA103. Ich hoffe, dass ich die meisten Unklarheiten beseitigt habe und die Tipps zu Mikrofonverstärkern etwas helfen können. Sagt mir eure Meinung. Für heute war es das.